Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es tatsächlich um die Markov Logiknetze, nicht um die beiden Bausteine dafür, die wir uns letztes Mal angeguckt haben, sondern heute geht es tatsächlich direkt darum. Okay, was wir hier hatten waren vier Trainingsbeispiele, die wollen wir heute ein bisschen reduzieren. Wir wollen nur noch zwei benutzen und für die beiden ein Markov Logiknetz bauen. Achtung, wichtig ist jetzt hier, die beiden können auch irgendwie zusammen miteinander irgendwelche Funktionen haben. Das heißt, irgendeine Funktionen wie Schüler und Meister oder so was oder Padawan und Meister wären hier jetzt durchaus sinnvoll. Die würde ich jetzt aber tatsächlich mal nicht einfügen, sondern ich bleibe mal bei der hier und baue das ein bisschen um. Dann seht ihr, was ich damit ausdrücken möchte. So, jetzt haben wir hier das Ganze ein bisschen umgebaut. Die 5 ist hier auf den Kopf gedreht, aber das macht glaube ich nichts. Und wir können hier tatsächlich das Ganze mal aufteilen, nämlich auch sagen, Jedi von Alice. Und Lichtschwert von Alice, konkret wirklich für diese eine Variable, die wir hier unten gegeben haben. Also Alice ist ein Jedi und hat ein Lichtschwert und Bob ist jetzt auch mal ein Jedi, aber er hat, wie wir wissen, kein Lichtschwert. Das heißt, hier haben wir nur eine 1 stehen. Jedi von Bob. Das liegt jetzt einfach daran, dass Bob noch der Padawan ist, also der Schüler und die Alice ist eben der Meister. Okay, das heißt, wir haben hier jetzt sowas wie noch irgendeine Relation, die kann man sich jetzt natürlich dazu denken. Eben Meister. Also A ist dann eben Meister und B ist der Schüler, also Alice in dem Fall. Und da haben wir jetzt eine konkrete Verbindung auch zwischen Jedi, denn nur Jedis können Meister sein und nur die Jedis können auch Schüler sein. Das heißt, eigentlich Padawan, aber ist egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine damit. Die beiden haben dann auch wieder eine Verbindung. Das heißt, wir haben hier mehrere Abhängigkeiten und können uns den Graph aufteilen, verschiedene Sachen hier anstellen mit zwei Variablen, mit einer Variable. Und das wird ein relativ großer Graph werden, relativ schnell sogar. Was wir brauchen, ist eine ganze Menge an Gleichungen hier oben und dann können wir eben diesen Graph hier aufbauen für alle unsere Trainingsbeispiele. Gut, wie man diesen Graph aufbaut, dürfte in etwa klar sein. Einfach alles reinpacken und stopfen. Und wenn die Gleichung erfüllt ist hier oben, also wenn die jeweils passende Gleichung erfüllt ist, in dem Fall wäre es jetzt Meister impliziert Jedi von Alice und Jedi von Bob oder sowas. Wenn diese Gleichung erfüllt sind, dann müssen wir hier hohe Verbund- oder Potenzialfunktionen angeben, damit nachher die Wahrscheinlichkeit auch groß wird und ansonsten eben eine relativ kleine. Gut, jetzt habe ich noch was Zweites für euch und zwar eine alternative Berechnung für die Wahrscheinlichkeit, die wir uns das letzte Mal angeguckt haben. Das wird nämlich meistens nicht so gemacht, leider. Meistens wird das Ganze über eine Exponentialfunktion gemacht, das heißt E hoch irgendwas. Und das möchte ich euch gerade mal zeigen. Was wir jetzt nämlich machen wollen, ist, wir wollen nicht tatsächlich für eine einzige Variable, hier also zum Beispiel nur für Alice oder nur für Bob das Ganze berechnen, sondern wir wollen das tatsächlich dann machen für die ganze Welt. Also wie wahrscheinlich ist die komplette Welt, dass diese Welt stimmt, also wir nehmen einfach mal an, Alice ist ein Jedi und Alice hat ein Lichtschwert und Alice ist der Meister von Bob und Bob ist ein Jedi und Bob hat kein Lichtschwert. Wie wahrscheinlich ist diese komplette Welt? Das heißt, wir nehmen das für alle an und wollen das natürlich dann am Ende auch vernünftig darstellen können. Okay, was man dann eben macht, ist folgendes. So, das ist die Formel, ich glaube, ihr versteht doch, warum ich euch die nicht direkt an den Kopf geschmissen habe. Die sieht wirklich hässlich aus, ist aber im Prinzip genau dasselbe, wie wir gerade eben schon die ganze Zeit hatten, nur dass wir eben irgendwas E hoch machen. Das ist aber auch egal. Also E hoch ist einfach nur eine Berechnung, dass man eben später den Logarithmus ziehen kann. Und weil wir den Logarithmus gezogen haben hier, denn W, ich schreibe das gerade nochmal als extra Formel hin, WI ist nämlich der Logarithmus von Phi I, also von Phi, jeweils den passenden Phi hier halt. Also hier 5, da 1 und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier dieses Gewicht als Logarithmus berechnet, deswegen haben wir auch hier ein E hoch reingerechnet. Ja, genau. Gut. So, und jetzt mal Ni von X. Was bedeutet Ni von X? Ni von X sind die wahren Belegungen von unserer Formel, von unserer Iten-Formel in der Welt X. Was das jetzt bedeutet ist, wir haben hier eine gewisse Anzahl von Formeln. Ja, und die Ite-Formel ist einfach die Ite-Formel. Also das wäre jetzt unsere erste Formel hier. Wenn wir noch ein zweiter haben, wäre das die zweite Formel und so weiter und so fort. Die Ite-Formel ist dann halt die Ite-Formel. Und hier kommt dann die komplette Welt rein. Das heißt, wenn wir alle Trainingsbeispiele reinstopfen, also in unserem Fall Bob ist ein Jedi und hat kein Lichtschwert und Alice ist ein Jedi und hat ein Lichtschwert. Wie wahrscheinlich ist dann diese Welt, also diese komplette Welt, diese beiden Trainingsbeispiele können natürlich tausende sein. Die stopfen wir in diese Ite-Formel rein, also in Dida zum Beispiel und zählen, wie oft ist die wahr. In unserem Fall jetzt einmal, denn Alice ist ein Jedi und hat ein Lichtschwert, dann ist die Formel hier wahr. Bob ist aber kein Jedi, er ist ein Jedi und hat kein Lichtschwert, deswegen ist die Formel hier oben falsch. Also wäre n1 in unserem Fall genau 1, weil sie einmal wahr ist und ansonsten halt falsch. Und das Gewicht wäre für die Ite-Formel, ja, das wäre dann einfach hier der Logarithmus von 5 gewesen. Okay, wenn wir das aufsummieren hier, dann bekommen wir eben irgendeine Zahl raus und hier unten normalisieren wir einfach, indem wir über alle Welten drüber gehen sozusagen, also alle möglichen Welten, zum Beispiel auch die Welt in der Sekunde, in der, wir wissen ja nicht, dass Bob kein Lichtschwert hat, das haben wir jetzt einfach mal nur angenommen in dem Fall, sondern wir gehen hier auch einfach über die Welt drüber, in der Bob ein Jedi ist und ein Lichtschwert hat, oder Bob ist überhaupt kein Jedi und dann teilen wir oder summieren wir diese ganzen Welten auf. Also es gibt ja hier ein paar mögliche Welten, nämlich um genau zu sein, wenn ich mich nicht vertan habe, 16 Stück. Das heißt, wir summieren hier über alle diese 16 Welten, die mit Jedi und Lichtschwert zu tun haben, Meister habe ich jetzt mal hier komplett außen vor gelassen, über diese ganzen 16 Welten summieren wir einfach alles drüber und teilen dann eben unsere Formeln mit genau derselben Berechnung. Und dann suchen wir uns am Ende die Welt raus, die am wahrscheinlichsten ist, also wahrscheinlich die Welt, in der er, äh, Sekunde, in der er wahrscheinlich auch Bob ein Lichtschwert bekommt, weil dann hier diese Wahrscheinlichkeit einfach auf 5 steigt und das wird dann besser. Okay, so sieht es dann also aus, so können wir das Ganze berechnen und ja, im nächsten Video zeige ich euch dann den Algorithmus, den wir benutzen wollen, um die beste Welt ausfindig zu machen. Habe ich im Prinzip schon ein bisschen vorweggenommen, aber macht nichts, machen wir trotzdem. Okay, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns, bis dann, ciao! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.